Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Mini-Adventskalender und zwar wirklich mini, 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 mini. Und zwar ist es der Adventsim 4-Tage- oder 4-Produkte-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den kann man sich zum Beispiel bestellen, wenn man für die 4 Adventssonntage quasi dann nochmal ein Extra-Produkt haben möchte oder wenn man halt nur für die 4 Tage was haben möchte, für die 4 Adventssonntage. Es gibt ja auch normalerweise den normalen zu kaufen, den wird es ja auch bald auf meinem Kanal zu sehen geben. Und es gibt zwei verschiedene Varianten mit einem unterschiedlichen Produkt drin. Der hier hat jetzt 35 Euro gekostet und der ist halt quasi im Design von dem letzten Jahr und ist viel, viel kleiner. Das ist so süß. Und der andere, der aus dem Design von diesem Jahr ist, kostet 39 Euro und ein Produkt unterscheidet sich, wie gesagt. Genau, ich finde das richtig knuffig. Ich möchte mit euch mal zusammen reinschauen und das Ganze mal entdecken. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Es liegt auch noch ein Booklet mit dabei. Wahrscheinlich, dass man halt alles Mögliche entsprechend als Info bekommt. Und, und, es ist halt bei Adventsum so üblich, dass man noch ein bisschen Herzenswärme zum Anfang mit dazu bekommt, bist du bereit für eine Adventszeit voller Überraschungen. In dieser von der Künstlerin Carissa Potter illustrierten Box, die du auch nach dem 24. Dezember zum Aufbewahren von kleinen Schätzen verwenden kannst, warten vier Geschenke auf dich, von denen an jedem Adventssonntag eines geöffnet werden darf. Lies am entsprechenden Tag die Seite in diesem Booklet, um zu erfahren, was uns an dem Türchen so begeistert. Alles sind hochwertige Produkte von Start-ups, die wir dir gerne vorstellen möchten. Zudem sind sie vegan und unisex und ansonsten völlig unterschiedlich. Das ist eine der Besonderheiten bei Adventsum. Du weißt nie, was dich im nächsten Türchen erwartet. Denn es sind Geschenke aus verschiedenen Kategorien dabei. Kulinarischer Genuss, ein Pflege- oder Lifestyle-Produkt oder etwas zum Dekorieren, das bleibt geheim. Bis zum nächsten Sonntag. Diese Neugier, diese Spannung und Überraschung machen für uns den Zauber eines Adventskalenders aus. Dadumm, jetzt mache ich hier ein Unboxing, tut mir leid. Immer und gerade auch an Weihnachten finden wir es wichtig, etwas zurückzugeben. Und auch an die zu denken, die nicht so viel Glück im Leben hatten. Jeder Kalender spendet deshalb ein Euro an Little Home e.V., eingetragener Verein. Dieser Verein baut mobile Wohnboxen für obdachlose Menschen und schenkt ihnen somit vor allem Privatsphäre und Sicherheit, unterstützt sie aber auch bei ihren sonstigen Herausforderungen. Ein Bewohner erzählt, ich konnte am selben Abend, als es fertig war, einziehen. Ich wollte nur ausprobieren, wie liegt man darin, wie schön ist es. Dann habe ich Stunden geschlafen und ihnen erst mal gemerkt, den Unterschied zur Straße. Wir wünschen dir ganz viel Freude mit deinem Adventskalender und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Viele Grüße und Stay Curious, Lea und Josias. Also das habe ich tatsächlich auch schon im Fernsehen gesehen, finde ich super krass. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier einfach mal rein und lassen uns mal inspirieren. Der erste Adventssonntag. Dijon Raspberry Cream. Oh, das ist jede Menge echte Himbeeren kommen für diese fantastisch aromatische und knallpinke Fruchtexplosion in Tafelforn zusammen. Ach, guckt mal, da sind 70 Gramm drin enthalten. Und ja, das ist einfach mal eine Schokolade mit Himbeeren. Achso, ist noch hier komplett eingepackt, kann ich euch vielleicht zeigen. Aber das finde ich cool mit 41 Himbeeren. Mehr ging einfach nicht. Das finde ich krass. Das finde ich richtig krass. Ich mag nicht so gerne eigentlich Obst mit Schoki. Aber hier werde ich mal eine Ausnahme machen und das probiere. Jetzt nicht, aber später. Achso, und du kannst hier auch noch mit einem gewissen Code bis Mitte des Jahres bei Dijon halt sparen. Das ist das Produkt, was unterschiedlich ist zu dem anderen. Achso, und wir haben hier, glaube ich, einen Wert von, ich glaube, 61 Euro drin. Das ist nämlich etwas, was wir meiner Meinung nach auch letztes Jahr im Adventskalender hatten. Aber ich finde es ganz nice. Das ist der faltbare und nachhaltige Mehrwegbecher. Nee, doch nicht. Da hatten wir nur einen Deckel mit drin. Und der hieß, glaube ich, Udo. Letztes oder vorletztes Jahr. Genau, so sieht das aus. Und das finde ich super. Ich bin in nächster Zeit sehr häufig unterwegs. Und man hat es doch immer mehr, dass du jetzt halt auch deinen eigenen To-go-Becher mitbringen kannst, wenn du irgendwo dir einen Kaffee bestellst oder so. Dass du dann auch sagen kannst, nee, nee, ich habe einen eigenen Becher. Ja, und dann entfaltet er sich. Wie cool. Das finde ich richtig cool. Ist ja aus Silikon, natürlich. Irgendwie muss das ja funktionieren, ne. Hier kann man dann entsprechend den Kaffee reinmachen. Aber der nimmt halt jetzt nicht so super viel Platz weg. 350 Milliliter gehen hier rein. Und dann hat man den für unterwegs mit dabei. Also sei es halt wirklich auf Reisen oder auch im Auto oder wenn man irgendwie wandern geht oder so, ne. Kriege ich den dann wieder zusammen. Ja, da geht dann die Luft raus. Dann kann man das so drehen. Dann kann man das wieder zumachen. Dann kann ich wieder die Scherpe nehmen. Das Gummiband. Machst du drum und hält. Das finde ich klasse, Leute. Kann das auch in die Spülmaschine. Das wäre natürlich mega nice. Made in Germany. Spülmaschinen geeignet. Richtig geil. Tropfdicht verschließbar. Großartiges Produkt. Also da, wenn ihr sowas noch sucht, entweder holt ihr euch den Mini-Adventskalender oder bei UpToYou, ne. Und wenn man möchte, kann man hier auch noch mit einem Code bis Mitte des Jahres 20% sparen. Der dritte Advent. Ja, online stand das auch schon was drin ist, ne. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass man bei vier Produkten, die drin enthalten sind, zwei Lebensmittel auf jeden Fall mit dabei hat. Naughty Nuts Espresso Rose. Ein Bio-Haselnussmus. Das ist aber eine große Größe. Finde ich sehr, sehr nice. Und auch sehr ansprechend, ne. Das wäre auf jeden Fall was zum Frühstück mit 250 Gramm. Finde ich sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Ich hatte auch mal den Naughty Nuts Adventskalender. Also würde ich mir jetzt so nicht nochmal kaufen. Da ist halt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht so mega krass oder so. Da hole ich mir lieber gezielt die Produkte, die ich toll finde. Und auch hier 15% Rabatt, ne. Bis Mitte des Jahres. Hier haben wir den 4. Dezember. Und das ist so cool. Das habe ich aktuell als Raumdufter bei uns im Badezimmer stehen. Ava & May Santorini Grease. Das ist eine sehr, sehr große Kerze. 180 Gramm sind hier drin enthalten. Und die riecht so gut. Das ist so eine richtig schöne, aquatische Kerze, die man halt einfach im Badezimmer so sehen kann, ne. Finde ich total klasse. Die hat aber auch was Cremiges mit dabei. Und ich habe ja auch den Arbeit May... Knack, knack, der Stuhl nervt mich auch. Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe ja auch den Arbeit May Adventskalender ausgepackt. Kann ich euch im E-Mail verlinken. Und ich weiß nicht, ob der Code noch gültig ist. Dann kriegt ihr nämlich richtig krasse Rabatte da halt auch, ne. Aber auf jeden Fall freue ich mich darüber. Ja, die arbeiten mit Parfümmöhren zusammen und so. Das ist echt abgefahren. Und hier kriegst du sogar 40% Rabatt. Das ist heftig. 40 Adventsim. Könnt ihr mal ausprobieren. Und das riecht wirklich toll. Es hat ein bisschen was nach... Also es riecht so aquatisch, wie mein Papa halt immer riecht. Aber auch eine süßliche Komponente dabei. Also quasi als würde er mit seiner Frau zusammen spazieren gehen, würde ich mal so sagen. Das ist nämlich echt auch eine Süße. Die kennt ihr ja auch. Die hat ja auch schon mit mir mal Videos gedreht. Ihr Lieben, das ist jetzt der 4-Produkte-4-Tage-Adventskalender von Adventsim. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ihn süß finde. Ich mag ihn. Ich finde, dass das einfach auch ein vorhersehbares Produkt ist, weil du online auch schon gesehen hast, welche Produkte sind drin enthalten. Das heißt, du machst da so oder so einen sehr guten Schnapp mit den Sachen. Und ich finde ihn großartig. Ich kann ihn auch nur empfehlen. Der ist in der Infobox verlinkt. Wie gesagt, für 35 Euro. Die 4 Produkte ist erste Sahne. Kann man sich nicht beschweren. Und gleichzeitig machst du ja auch noch was Gutes. Das finde ich auch immer so schön. Und hast dann auch diese wunderschöne Umverpackung noch. Also wirklich, meiner Meinung nach, sehr gelungen. Und auch irgendwie nice, dass sie das einfach so angeboten haben. Wisst ihr, was ich meine? Das kannte ich so vorher noch nicht. Und ja, wie hat es euch gefallen? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.